Oh ja! Tilas hat nach dir gefragt. Besser, du meldest dich bald bei ihm. Sonst noch was? Nein, das ist alles. Also, Abmarsch. Das habe ich den Banditen abgenommen. Du? Wie zum Henker hast du da größer? Packst du das auch? Solange es keine Torwache ist. Witzbold, ich rede von einem Unhold. Dieses unge... sowohl Muskeln als auch Verstand besitzt, um diese Aufgabe zu erledigen. Vielleicht schaffst du es sogar, sie zu einer gemeinsamen Jagd zu überreden. Bezahlst du jetzt? Ich habe nicht genug Sp... Okay. Ich muss ihm ausweichen. Einfach ausweichen. Nein, Mist. Nein, Mist. Darf ich aufstehen? Blub, 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 blub. Eieieie. Nein, bleib weg von mir. Ich hole mir den Kampf. Ich gewinne mir den. Ich habe mal so einen Fernkampf. Puh. Puh. Sag ich, den Fernkampf gewinne ich. Ich bin bei einem Weg, Fox. Hast schon recht. Oh. Scheiße, Mann. Du hast einen ganz schönen Schlag drauf. Du kannst deine Splitter behalten. Das sind mir die paar Kröten echt nicht wert. Nichts. Vielen Dank.